Heute ein kleiner Tipp zum Kubuntu Desktop. Der Kubuntu Desktop hier bin ich unter Kubuntu 10.10. Der Version vom letzten Jahr können wir noch mit schönen Effekten vervollständigen. Und zwar habe ich gefunden, dass wir es auch hier schneiden lassen können. Ähnlich wie unter Ubuntu, wo wir den X-Snow hatten, der aber unter Kubuntu nicht lief. Gut, wir gehen einmal auf Computer, auf die System-Settings, Desktop-Effekte und alle Effekte und finden dort unter anderem Snow. Das können wir dann, wie gesagt, einstellen mit Windows-Taste, Steuerung und F12 starten. Windows-Taste, Steuerung und F12 und genauso auch wieder beendet. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben, wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest, verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.